Hallo und herzlich willkommen zurück bei... Zurück! Bei Life is Strange. Wir haben das Buch gerade abgegeben. Also gerade in gestern, der letzten Folge. Und jetzt... Naja, wir haben sogar unsere erste drastische Entscheidung getroffen. Nämlich, ob wir zur Polizei gehen oder nicht. Und wir haben eine Nachricht. Von Max. Äh, nicht von Max, von Chloe. Food. Two walls. Cause you're there. Don't hurt your fingers texting. Was? Don't hurt your fingers texting. Yeah, breakfast. No, I want you! Sorry. So, sind hier noch neue Nachrichten oder ist das... Nein. Okay, dann... Okay, sorry. Jetzt kann ich zurückspulen. Weißt du, jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Dann gehen wir mal Essen fassen, bevor wir zu spät kommen. Ich hoffe jedenfalls, dass der Weg ist zum Essen. Ich habe keine Ahnung. Ist da unser Freund? Boah, ich will auch schönes Wetter haben. Boah. Okay, hier ist alles aufgeräumt. Okay, hier wird wahrscheinlich nicht... Ich drücke mal die falsche Taste zum Rennen. Guck mal, hier können wir auch wieder rein. Das bringt uns natürlich rein... Vielleicht doch. Lustig, dass man hier die Bilder kaum sieht, ne? Das ist das etwas, was wir jetzt noch nicht sehen dürfen. Oder sind die zu... Anzüglich. Was heißt die Sprechblase? Wahrscheinlich haben wir ein neues Gespräch feiergeschaltet. Dann reden wir doch mal mit Samuel. Der müsste doch hier vorne auf der... Leck mich doch. Der vorne auf der Bank sitzen. Das war klar. Das erinnert mich gerade... Fuck, das erinnert mich gerade so unendlich an The Human Centipede. Ich bin mal, ich bin mal, ich bin mal, ne? Ich bin mal, ich bin mal, ich bin mal, ich bin mal, ich bin mal. Sorry, ich bin mal, sie sagt, wenn ich prühe. Jetzt alle, die Leute wissen, ob sie. Also, du kennst sie? Also, du kennst sie? Ich habe die Polizei gesagt. Sie war ein guter Eich. Und sie hat mir diese Fotos gehalten. Oh, du sprachst mit den Polizei? Rachel wollte sie sein, eine Model. Ja. Sie hat sich auch die Hände, wie die Kräste, trösen Food. Hm. Hm. Der ist ein bisschen crazy, aber auch irgendwie voll nett, das Samuel. Und wir haben natürlich jetzt etwas über den, den, äh, das Reh, den, den Hirsch erfahren, den wir da gesehen haben. Rachel. Rachel, äh, owns the me-money per bitch. Okay. Okay. Um. Hmm. 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 Okay, jetzt können wir anscheinend zurückspulen. Und vielleicht über das Video reden. Jaaaay. Hi again, Taylor. Hey, that wasn't such a bad talk. We should do it again. See you later. PAM! Freunde! Best friends for... Eh, nein, sorry. Best friends forever. So, ist hier... Ist hier der... Jaaa... Und noch eine private Nachricht. Was? 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 Was ist Nathan's Vater? This is a message to let you know that attempts to slender and blackmail my son will be met with many laws and legal and real... You're not the first study at blackmail to try this. I hope you're at the last. Haaa... Haaa... Was? Faked da jemand unsere Identität und schickt äh... Hassnachrichten praktisch an ihn? Hiiii. Warren is out and about already too. Looks like he's waiting for somebody. Warren, what are you doing here? Oh, nothing. Waiting... For a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you. Oh, yes you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl. She's pretty punk rock. How do you know her? An old friend, Chloe Price. We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question. Why is Nathan Prescott getting psycho on you? Ach, komm, wir sind nett. Wir mögen den. Ne? Oder? Wir mögen den doch. Die passen gut zusammen. Komm. I busted him in the bathroom yesterday with a gun. I'll give you the story later. Principal Wells is taking care of it now, I hope. We heard fucking weak. Like that bizarro snowfall yesterday? Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Yes. Yes. That's exactly what I need. I love those old school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool. I'll text you the info. Ich hoffe, das ist nicht am gleichen Tag wie dieser, äh, wie diese Party zu der wir schon ein Jahr gesagt haben. Ahem. I have to tell Brooke, I'm going with you to the movies instead. I'll text you later. Ist so niedlich. So. Hat er uns schon geschrieben? Hat er uns schon geschrieben? Nein. Okay. Ähm. Ähm. We're going to take the bus. Okay. Anscheinend weit weg. Ich hoffe, ich fahre richtig. Oh, bitte. Ich möchte nicht wieder so viel... David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Ich möchte nicht so viel Optionen haben jetzt hier. Bitte, äh, 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 hier, ja, danke, weiter Zwischensequenz. Schulbus. Hipsterfrisur. Netter Busfahrer. Irgendwie ranziger Bus. Und ein Sticker auf dem... Wie viele Details in dem Spiel drin sind, ne? Ist unfassbar. Oh, Musik. ... 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 Ja, der Leuchtturm. Scheint etwas nervös zu sein Ah, das meinte sie mit den zwei Wahlen Verstehe Dann muss sie ja irgendwo hier sein Das ist geil mit diesen Audioeffekten Sooo Neue Sachen zu des Okay, ich kann gar nicht über die Straße gehen Aber ich kann Mit Leuten reden Sollen wir sie einfach ansprechen Hi, you look lost Close Do you know if the bus has come yet? The online schedule isn't working I just got off the school bus, but I'm sure the regular bus is coming too Oh, that's a relief I can't be late for this job interview I can't believe I have to take a bus all the way to Newport just to find a second job Da würde ich mir niemals trauen, irgendwelche Stranger Fremden auf der Straße anzusprechen Chloe, ja, wir sind doch gleich da Running late, grab the booth at the dinner Mama Will feed you Somebody better Better Okay No time for chit-chat I'm a millionaire Yep Got my lottery ticket right here Waiting for the bus so I can cash it in Okay Dann wollen wir die nicht stören, was? Dann gehen wir Oh, Flyer Hallo Hallo Ja, stimmt Wie viele soziale Themen dieses Spiel anspricht, ist echt schön Good morning Looks like you're ready to catch some serious fish I wish, young gal Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in Has the town changed much? By Neptunes beard it has Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor You did pretty good to have lasted this long Oh, the fish used to jump onto my boat Until the Prescotts and their finance fiends snapped up harbor rights The Prescotts have a lot of power They might rename the town Prescot Bay If that tells you much Do you know them? Do good for my working kind But I know them through their bad deeds Let's not get downcast I hear the fish calling for Bali High Never forget that old fishermen never die We just smell that way I'd love to learn more, but I have to get going Happy fishing out there Happy fishing? Wenn man das so sagt In, in diesem, äh, England, Amerika, mein ich Ah, was tue ich? Ich will mich nur umgucken, damit ich hier nichts verpasse Aber Vielleicht sollten wir uns beeilen Und dann tatsächlich mal in den Diner gehen Und was essen Wir haben tatsächlich bei uns in der Nähe Nen Diner Der sieht exakt genauso aus Fast Nur ohne das Wahlding da oben Das ist halt so ein Fake-amerikanisch Und das ist so unendlich geil Mag ich sehr gerne Ich möchte, dass es mehr sowas in Deutschland gibt Ah, überall sind diese Vermisstenanzeigen Auch hier So, wo ist sie denn? Sehe ich sie schon? Trevor Und, äh, Justin Anscheinend kennen wir die Ach, das sind die Skater Oder? Äh, äh, äh Ja, I saw you coming out of Dana's room Ja, und I finally had to tell Justin Because, well He was in there too How did Justin react? I got him blazed He was cool Nobody has secrets in Blackwell anyway See you in class, Max Ja, Justin Ja, Justin hätte auch Selber antworten können Turned my coffee on Before I cut class And destroy some rails Shouldn't you be taking photos? I am always taking photos I am a camera You crack me up, Max Of course I'm baked So I'll laugh at anything You should be studying, bad boy So where's all your homework, schoolgirl? School? Speaking of buds I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room Trevor finally told me about him and Dana hooking up He got there first, so I snooze out Er saß See you later, Max Egal Ihr sitzt zwar keine, kein Meter voneinander entfernt, aber Egal Äh Es ist so unfassbar, wie, wie Max Einfach alles nett auffasst und immer nett ist Die sagt nie was Böses Ja Was denn jetzt, äh Booth? Sit Ist die noch gar nicht da? Ich dachte, die wartet schon auf uns Trucker, Trucker Cop Dude Und Weird Lady Und Ein Ein Ja Fischer Äh, warum sprechen wir eigentlich gerade irgendwelche fremden Leute an? Warum sind alle so freundlich, wenn eine fremde Person sie anspricht? Soll das da, äh, äh, Bigfoot sein? Ja, tatsächlich The poster doesn't mention whacked students with guns Hier sind Toiletten Kate Marsh love you long time Graffiti flushed before pissing on floor Ah, ist ein schönes Graffiti Gross Rachel Rachel A Owns me a BJ So does your mom Hihihi Äh, Fire Fire? Fire was with me Achso, Foto Foto in den Spiegel Achso, ich darf, äh, jetzt müsste das aufgehen So Oh, nice, äh, von nice, äh, cool Hast du noch einen? Ja, das ist jetzt wieder ein Tamponautomat oder was? Das ist unfassbar Arcadia Gay Sucks Deck Ja, dann setzen wir uns mal hin Hier, ich rede jetzt Oder rede ich noch, komm Oder wir reden noch mal mit dem Kopf Vielleicht Hat der noch was? Hallo, Sir Hi, junge Frau Du siehst ein bisschen verloren Ich bin nur wütend und dachte, was zu essen Das ist ein echtes Problem Grilled Mac and Cheese Oh, ähm Warum sollte er Chloe kennen? Äh, Joyce How well do you know Joyce? I know her delicious grub Everybody at the station comes here We take care of this place like it's our own kitchen And Joyce, like she's our Our mutter Aww I guess you're friends with David Madsen I wouldn't use that word We know each other Why do you ask? Uh He kind of has a reputation at Blackwell I have respect for David He served his country He found his calling at Blackwell At the station We're happy David is exactly where he is Not everybody can be a cop So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station Oh Poor Joyce Just heard that Chloe even had a pot dealer in her room Uh, ähm 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 I have to go Ne Oh, ist alles nicht so gut, ne Uh Who taught Uh Who taught you that? I didn't hear it on the police Joyce said that we belong to Chloe's friend But I highly doubt that Joyce didn't tell you who? She wouldn't Afraid I'd go arrest somebody As if I would I'd just tell that loser to stay the hell away from Chloe Or else I'm just kidding Besides David Madsen's watching me Is she a friend of yours? I know her Then you know she's a handful She can be, but She can also be a good friend Who shows up when you meet her Sounds like you're a good friend I wish she would be a great daughter And not cause Joyce so much stress I have to go now Enjoy your breakfast By the way One thing I can tell you for certain Is to stay away from that RV outside I usually stay away from sketchy parked vehicles Why is policy? The guy who lives in it? Frank? He's pretty sketchy himself That's all I can say for now I should finish up my coffee and get to work War das ein Hinweis Den wir besser beachten sollten Man weiß es nicht Ähm So Ich geh mal zu dem Sitz Oh was Oh Hast so viel mit zu tun noch Okay Das benutzen wir aber in der nächsten Folge Von Life is strange Wir sehen uns wieder Bis dann Ciao Ciao